Also wirklich, ich freue mich schon, ihn nachher als John Watson zu hören. Aber also, diese Poesie ist einfach der Wahnsinn. Äh, das Problem ist jetzt, ich muss mit dem, aber, aber, es fehlt noch. Ja, da laufen ein paar Schuhe rum, ja, ja. Da laufen ein paar Schuhe rum, das ist normal. Haben wir mit dem schon gespielt? Können wir mit dem spielen? Ich muss noch mit irgendwem spielen. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. Gott, ich habe ihn verdrängt. Can you give me another quote? It's not the number of breaths we take, but the number of moments that take our breath away. Das war's, ich glaube auch, ja, ja, das passt ganz gut. Gott, hör auf mit deinen dummen Sprüchen! Gott, der hat das... Ähm, also wir müssen noch mit irgendwem spielen. Mit wem haben wir noch nicht gespielt? Hier ist kein einziger mehr von den Bubbles da. Haben wir mit ihm... Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich eine Last bin für die Band. Ich wollte mir ihre Freundschaft verdienen, aber hatte nie das Gefühl, dass ich es wert bin. Auch jetzt nicht. Deshalb, deshalb war es einfacher aufzuhören. Ich glaube, sie sind ohne mich sowieso besser dran. Ah, ah, nein, in Wahrheit hast du sie nur hängen gelassen, als du sie hingeschmissen hast. No, you actually just stood them up by leaving. Do you think that's what friends do? What friends do? How should I know? I never had one. Can we please stop talking about it? Actually, you're wrong about the band. They really miss you. That's hard to believe. Gott. But maybe I'll drop by. I don't know. I have to go. Okay. Ja. Und ich hasse Tumblr-Boy. Oh, it's you. I have to go. Okay. Ich... Wo... Wo ist der letzte... Bell and Bones... Bones and Bell... Der BNB-Spieler? Wo ist der letzte? Und wo ist der coole Tattoo-Typ? Hier ist kein Zeichen mehr. Okay, wir müssen alle abgehen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Er ist abgetaucht, glaube ich. Ich will das Tattoo sehen. Es steht ihm bestimmt wundervoll. Kann ich mit dir Bell and Bones spielen? Ähm. So, du bist ein Pferd, hm? Ich... Kannst du vergessen, dass du nichts gehört hast? Bitte. Keine Werteilung über das. Oh, was auch immer. Ich schaue um. Klar, einfach nicht nichts. Ich wunderte, ich könnte ja... Mit der Katzenfrau haben wir gespielt. So. Oh. Yes, yes, that's me. Did you really make Zachary into a murderer? You make it sound so dramatic that monsieur was practically dead already. What do you mean? I mean he was 94 years old. Zachary was supposed to poison his dessert. But the poor bastard choked on a teaspoon before even tasting our signature creme brulee. Too bad Beatrice was craving sugar that night. Wait. Beatrice was there? Why? She was treating the son of one of the Grand Duchesses. I can't remember his name. He was a polite boy, but so very fragile. I don't know what happened to him after Beatrice left. Nothing good, I presume. What a pathetic reason for getting trapped here. Hm. I heard rumors about what happened to my country shortly after we vanished. Now I'd choose whatever land over it any day. So jokes on them. The only thing I regret is not having my sweet Alexandra here with me. I hope they found her a husband who wouldn't start decaying right on the wedding bed. I should go. I'll be here for now. Aber wo ist denn mein letzter Bellenbots-gegner? Also die Maus ist es nicht, oder? Ist halt wirklich klar. Ähm. Hallo Funk. Tschüss Funk. Bist du mein Bellenbots-gegner? Er ist mein letzter Bellenbots-gegner? Fällt euch irgendwer, irgendjemand ein? See you, Mann. Mööööö. Ähm. Wie wird gekarren? Das ist aber eine große Ratsche. Hey du. Spielst du Bellenbots-gegner? Sülvia. Glad to have you back. Can I get a snake fact? Suddenly it's hard to believe. Aber die dekapitierte Hände einer sterben Schnee kann trotzdem beitzen, sogar Stunden nach ihrer Tod. Nur der Gedanke zu gehen macht mich nervös. Ich nehme das als Nein. Bei ihm waren wir... Können wir jetzt vielleicht... Das ist die einzige neue Erinnerung. Können wir mit ihm? Füße bei den Bones. Okay, wird man noch nicht mehr losreden? Du hast gefragt... Ja, ja, das ist manchmal nicht so... Hi! Nervlich! Tschüss! Wenn die nicht... Also wenn man nichts mehr zu reden hat, dann sind die halt so. Die dunkle Gasse. Ich habe ja noch Kaninchen. Stimmt. Aber ich habe den doch schon. Den hatte ich schon, ne? Ja. Doch, ich bin echt gut genug. Aber hier habe ich Kaninchen für dich. Was? Okay. Oh! Die habe ich dabei! Wenn du sie findest, bitte bringe sie zurück zu mir. Was bekomme ich, um dir zu helfen? Was ist sie nicht so? Was ist sie nicht so? Das ist ja gerade ein bisschen buggy. Aber hey! Das ist ja gerade ein bisschen buggy. Aber hey! Rabbit Charme! Hä? Hä? Ich kriege jetzt... Hä? Das ist Kaninchen schon. Ich glaube nicht. Das ist ja gerade ein bisschen weird. Aber was mache ich denn jetzt? Ich brauche doch noch eine Bell-and-Bones-Partie. Habe ich hier noch einen? Ach so, Radio-Tante. Die da. Kann die spielen? How about some candy? I'm good, thank you. Bruce? What is a man without a suit? What? A naked man. Or a plucked chicken. Candy! Ich gucke gleich nach, mit wie man spielen muss. Das tut immer noch ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. How can I help you? Goodbye. Hasta la... Ähm... Hier habe ich mit dem Typen gespielt. Ich habe mit der Katzenfrau gespielt. Ich habe hier kein Zeichen mehr. Also eigentlich war ja immer so dieser Ball als Zeichen da. Ich gucke jetzt nach. Haben wir den Hund besiegt? Haben wir den Hund besiegt? Ich bin alle Jahre. Ich will dich für ein Bell-and-Bones-Match. Well, das ist interessant. Let's play! Nee. Ich glaube, der ist... Katze gegen Hund! Oh. Danke. Alles gut. Ich habe nur die Katze gedrückt. Und hier bin ich verletzt. Sehr beeindruckend, Vincent. Sorry. Also... Ihr habt nichts verpasst. Wirklich nicht. Ähm... Bin ich jetzt der Second Best? Danke, danke. Oh ja! Oh ja! Es war der Hund! Oh ja! Es war der Hund! Oh! Ich glaube, der hat mir gesagt, er will noch nicht gegen mich spielen oder so. Oh! 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 Du hast ihn verpasst. Das ist wahr! So... Kann ich ihn zuhören? Kann ich ihn zuhören? Kann ich ihn zuhören? Ich habe die Karten. Ich habe die Karten. Good! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ist das supposed to be an insult? Oder ein compliment? Nein. Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Okay. Du bist nicht sehr chatty, bist du? Nein. Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Du bist immer so ernst. Ja. Alles klar. Ich fahre! Ich fahre! Ich weiß, warum du hier bist. Mann willst du mein Stück dieses Spell. Und ich weiß auch, dass du den resten von den Spellen hast. Ist das wahr? Niemand hat den Haber alles. Ich habe gesagt, dass hier meine Offenung ist. Wir spielen gegen unsere Dinge. Ich hab noch 2 Garne. Das ist gar kein Problem! Ja, klar, let's go. Aber ja, stimmt schon. Wer ist das nicht? Der redet so leise, ne? Also ein bisschen Geld könnte er ja rauchen. Ruhig springen lassen. Der ist, der las muertes. Ähm. Der ist, der las muertes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Reunited at last. And all thanks to me! Your actions didn't matter after all. Now we just have to get out of here unnoticed. Well, here's an idea. The window. Yeah, right. Yeah, right. Wait, what? So, this is it. We have all seven pieces of the spell. The question is, what are we going to do with them? I don't want to get out of here. Let us die Hexen beschwören. Let's summon that witch. I don't want to stay here. Yes. I can't believe it's finally happening. On the third day, the maiden's skin running pitch black Drops a scream from her lips that she'll never get back. On the fourth day, faint whispers start gliding in the ash As it rises above, like a spell gently hushed. On the fifth day, forsaken, her soul gently quivers Sets the flicker of hope among mindless believers. On the sixth day, their world is destroyed for this hunger. Turn on, in the name of the Reverend Warner. On the seventh day, lulled by a mystical voice. She shall walk into traps and stay there by choice. On the eighth day, the drunk fools will spell their own end. On the ninth day, at last, she shall fully ascend. Show yourself, Crimson Witch, in the midst of the night. Guide you will be elusive right hand of the light. Die seid ihr einfach. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah-wah-wah-wah! Schön, dass du es bemerkt hast. Liebt sie mich jetzt? Ich stehe ein bisschen auf sie. Ich habe mich gerade an nichts über Ahnung erinnert. Es war schön zu helfen, den Menschen zu helfen. Das ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, weißt du. Das ist was ich find most intriguing. Nick, darling. Du glaubst nicht ich hätte vergessen? Forgotten mich? Oh, never. Ich sehe, du hast endlich geschafft, die Terms unserer kleinen Agreement. Das ist das Marvellous. Wait, was? Was ist sie über, Nick? Ich habe nicht ganz ehrlich mit Ihnen, Vincent. Ich habe nicht erzählt, wie ich hier in Whateverland habe. Du siehst, es passiert, wenn ich meine loweste Punkt war. Ich konnte nicht schreiben. Ich konnte nicht denken. Es war nicht so, dass es nicht mehr Sinn hat. So ich... Ich kam zu der Occult. Und das ist wie ich mit Beatrice. Sie sagte mir, dass sie mich zu einem Ort, mit den meisten Ungewöhnlichen Menschen in der Welt. All kinds of bastards, wretched souls, outcasts, und... gut old freaks. Ich war ecstetisch. Ein Ort, wie dieser könnte mein Lust für mein Leben, für writing. Aber Beatrice hatte eine Kondition. Was war es? Ich musste jemanden finden, der aus Whateverland will. Aber das macht keinen Sinn. Jeder will nicht nicht weg. Oh, Vincent. Habt ihr nicht mit den Leuten gesprochen? Habt ihr nicht gehört, wie ein Gefängnis sie sind? Was ist ever leaving? Cruella, du willst... Ich verstehe es. Aber... Ne... Also ich verstehe, woherher das kommt, aber für mich nicht. Weil Cruella, du willst eine Hunde... Also... Fehlerin. Sie sieht einfach nur cool aus. Auch mit dem... mit dem komischen Herz, das durchgestochen ist. Ist das nicht eine Glocke? Die Bälle sehen immer aus wie eine Glocke. Ich verstehe das alles nicht. Ihre Augen? Ihre Augen? Ja. Was? Was? Judgmental? Matteo? Was? Ich denke, ich bin ein bisschen judgmental. Natürlich, du. Aber glaub ich, wenn ich sage, dass ich nicht zuhörst, ich einfach nicht zuhörst. Ich kann nur die Wahrheit sagen, auch wenn ich wollte. Ich bin sicher, dass du das auch gemacht hast. Ich glaube, du bist. Ich glaube, du bist. Ich weiß, wir sind nicht genau die besten Freunde, aber es ist nicht wie ich Sie, Vincent. Nicht an all. Oh. Kannst du, Leute, bitte, das mal mit? Sure. Es gibt nichts mehr zu diskutieren, hier, aber ich würde gerne, wenn du mich entschuldigst. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. JP Quinn verstehe ich. Fine. Du bist verabschiedet. Oh, ich denke, sich selbst herumschafft. Das ist alles sehr süß. Aber wie geht es darum, dass wir zurück zu der Sache an der Hand gehen? Ja, wir werden es später herausfinden. Wir werden sicher sein. Sehr gut. Seitdem niemand sonst noch Fragen hat, glaube ich, ich werde die Frage machen. Also, Vincent, was ist das, was du von mir willst? Warte, so einfach ist das? Ich möchte, dass du mich zurück in die reale Welt schickst. Ja, ja, ja. Ja, ich hab dran gedacht. Ach, Quatsch Shakespeare. Ja. 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 Ich bin mir nicht sicher, Sebel. Oh, der wird von der Couch runter. Doch. Rose and Lily were able to put their differences aside and become a family once again. Do I need to say who is the happiest about it? Sylvia finished her novel after all. However, so far she's not letting anyone read it. Well, maybe that's for the best. Umaru-san had finally satisfied her age-old hunger and was now a little less unbearable than before. Clearly, she's making progress. With the radio working again, Ellen's zest for life has been reignited. You can now hear her voice wherever you go in the city. Equally delightful and annoying as it is. Louis and Fida gave into their feelings and now they are learning to speak each other's language. Although the universal language of love seems to be more than enough for them. With his memories back, Francois could finally embrace his past and face the future. He returned to the band and now plays with them every night at the jazz club. Looks like he even has fans! Now that Ernest's plan had failed miserably and he was turned into a helpless skull, his influence in town had greatly decreased. Some whateverlanders are still afraid of his gang, but most merely laugh as they look at him now. Well, every dictatorship is bound to fall. You can trust me on that one. Oh, and Harold's dream did come true after all. He became Beatrice's assistant. Though it's not clear what the witch needed him for. Maybe she just wanted to make him a little happier. One can never know with her. In the end, I realized I've grown attached to whateverland. So there was no point in living. Vincent, on the other hand, returned to his old life. Or at least he thought he did. Also, also, hä? Also, warum will man denn in World Everland bleiben? Das ist halt fünf Meter groß. Realität ist eh fast Pleite da. Lieber gleich zur Edekaität. Oh Gott! Die Bäcker. Das sind aber viele! Oh mein Gott! Das sind, das sind aber viele! Musik. Musik? Das sind, das sind aber viele! Das sind, das sind aber wirklich viele Bäckerer! ähm ähm da wurde viel gebacken ja, da gab es viele Kekse wer soll denn das oh, Lilbeckers, hä? es gibt, warte, das sind das Babys? nee, das sind keine, was, Gäste? wir haben Gast 127 9211016, Dankeschön Insta, Insta äh, wir haben Becker und Lilbecker und Lilbecker